In der Fertigungs- und Bauindustrie gibt es eine Menge Optimierungspotenzial. Im ersten Schritt geht es darum, die Ressourcenverbräuche irgendwo sichtbar zu machen. Und genau an diesem Schritt helfen wir mit unserer Plattform. Und wie genau machen wir das? Wir unterstützen Kunden bei der Erstellung von digitalen Zwillingen. Wir verbinden diese mit den IT-Basis-Systemen, ERP-Systemen und auch Echtzeitinformationen. Das sind Informationen wie Störungsmeldung, Temperatur oder Luftfeuchte. Im zweiten Schritt unterstützen wir Fachprozesse, indem wir sowohl selber als auch Kunden Applikationen auf dieser Datenbasis entwickeln und über die Plattform vertreiben können. Das Innovative an unserer Lösung ist das einfache Transparentmachen von Echtzeitdaten. Das einfache Erfassen der Energieverbräuche, das Analysieren und das kurz- und langfristige Optimieren ist ein Mehrwert unserer N&P-Plattform. Angenommen ist es Freitagabend und ich bin der letzte im Büro, ich möchte sicherstellen, dass am Wochenende keine unnötige Energie verbraucht wird. Das heißt, ich möchte sofort wissen, welche Fenster sind offen und welche unnötigen Verbraucher sind an. Mit Hilfe des digitalen Zwillings kann ich diese sofort erkennen und abstellen. Bei der N&P-Plattform setzen wir auf eine moderne Softwarearchitektur. Das heißt, wir setzen auf die europäischen Standards, wie zum Beispiel Gaia-X, sind unabhängig von Hyperscalern und nutzen ein Rechenzentrum in Deutschland. Energieeffizienz und Energieoptimierung treibt gerade alle Branchen um. Wir als familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen versuchen, andere Mittelständler bei der Erstellung digitaler Geschäftsmodelle und bei der Erfüllung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.